hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge minecraft let's play ist hier unten in der mine ja schon weiter und ich frage jetzt mal was willst du in deinem blumentopf hier haben ja weiß nicht ich bin sicher dass es dann die munden ist eine hölle gefunden Ich mach dir dann bald mal ne Blumen rein. Ich weiß nicht warum hier so viel Creep ist. Die Lavasee fliegt's nie dir. Alter wirklich Zuckerrohr haben wir genug eigentlich. Ich glaub die sind keine dir. Alter wie viel Zuckerrohr. Okay gut eine Flandse kann ich jetzt auch mal weg machen. Das war der See den ich gehört habe. Heute in der Folge haben wir übrigens vor uns ein Nether Portal zu gießen. Das haben wir schon alles so geplant. Wir brauchen nur Lava und Wasser. Ich find hier keine Dias. Der ganze Nether gibt keine Dias. Ja das ist unser einzigstes Problem. Aber ein Portal können wir uns trotzdem gießen. Wo wollen wir es denn hin tun das Portal? Oh ja weißt du was? Ich mach den Schwarz-Eisen-Setzling in das Teil rein. Ja das sieht voll gut aus. Ich kann uns ein Eisen mit dem Stack Eisen haben. Ich will ein Anbruch bauen. Vielleicht hab ich ihn grad abgebaut. Mist. Okay gut. Ja. Ich will ein Stack Eisen haben. Hier nicht. Ich will noch ein schlechter Spielschacke mit. Bisschen weiter fahren. Dann mach ich jetzt gleich schon einmal. Okay wir haben 16 Eisen machen. Ich hab schon 61 Eisen. 62. 63. Okay gut. Wie viel Eimer wollen wir machen? Erstmal 3? Wie viel Eimer? Es gibt ein Problem. Ähm. Ja 10. Wir haben genug Eisen. Wir haben genug Eisen. Mach 10 Eimer. Ja hier oben nicht. 5 Eimer kann ich erst machen. Ja es gibt ein Problem. Ich bin ein Metall voll. Ich kann keine Eisen mehr nehmen. Weiß ich komm jetzt zu dir runter. Und ich nehm auch gleich hier. Einer Wasser. Warte. Wo wollen wir das Portal aufstellen? Wo soll's denn hin? Hier erstmal. Hä? Loh? Wenn es da vorne gleich Lava kommt. Na guck mal. Wenn es da vorne gleich Lava kommt. Komm hoch mit dem Stack Eisen erstmal. Ich geh jetzt runter und fange mit dem Lava. Komm mal hoch hier. Warte aber noch ein paar Gänge. Noch ein paar Gänge. Nein wir wechseln uns jetzt sowieso grad einfach ab. Jetzt gleich. Ich geh runter und du gehst. Oh den noch? Warte. Ist ganz kurz mal. Aber ich will ihn nur sehen. Oh Mann. So guck mal. So ich. Wo ist der Lavasee denn? Soll ich die Lava hier die hier so rausfließt auch schöpfen? Ich. Ich teig jetzt gleich. Soll ich mal den. Soll ich mal den. Soll ich mal den Mining Gang ganz runter gehen? Ich glaube nämlich da unten müsste dann irgendwo. Lol ey. Achso was ist denn hier? Auch keine Dias. Ich bin ja keine Ahnung warum sie tun. Na das ist einfach sinnlos. Ich hab nicht überhaupt noch für mich. Höhe 13. Ja da müssten die ja rein. Komm grad mal hoch. Run Run boy run. Ich mein Eisen haben wir dann jetzt genug ne? Der Ballert übelst viel Energie. Ich muss was essen. Mh. 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 Necke. Ein reingepritten. Noch ein reingepritten. Eine Fackel Brom. Ja ich noch dann. Wie hoch. Wie hoch. Komm noch. Ja ich hab deinen Namen gesehen so. Ich komm ich mal zu dir. Und noch Eisen. Ich melde die ganze Eisen. Okay. Ich hab. Ich hab. mehr als ein Steck. Warte mal ein bisschen. Ich hab ein Steck und acht Eisen. Hätten wir jetzt. Wo ist denn die Lava sind? Hätten wir jetzt noch Thermal Expansion oder in Daz Blue Craft drauf. Dann könnten wir das alles verdoppeln ey. Ich nehm nur so ne Frage. Muss man dann meinen den Gang ganz runter um Lava zu. Um auf die Lava Fälle da zu. Nein ich weiß wo ein Lava Cee ist. Okay. Wo? Warte ich zeig's dir gleich. Ich hör. Lava. Zeig's dir gleich. Okay. Hier ist es ja hell. Ich muss nur wegen der Vorgänger. Warte. Ja ja warte. Warte. Ich schmelze das Eisen. Warte mal machen so ein bisschen einmal. Wo bist du gerade? Ich bin ja auch schon vorbei. Wo bist du gerade? In deinem Strip-Eingang hier unten. Ach so. Komm ich bin schon vorbei an der Lava Quelle. Ich bin gerade oben. Ich bin gerade oben. Ich weiß wo eine Lava Quelle überellig ist. Aber in einem Strip-Eingang ist auch irgendwo eine Lava Quelle. Ach so stimmt. Ich hör ja übel die Lava Quelle wirklich. Ja du musst ganz bis zum Ende gehen. Und kurz vorm Ende ist so ein Garn. Da geht's in die Hölle rein. Und wenn die Hölle entlang geht, wirst du Lava finden. Ah hier. Was ist das denn hier? Ja gut. Da ist hier alles aus neues. Kohle. Kohle. Ja hier ist auch schon ausgeleuchtet. Oh ja. Ah ja hier ist der Lavesee. Ach gut. Wir hätten auch hinter einem Eichschwachs-Eichnol. Ich hab ja auch noch mal. Ich hab ja immer den Stein. Aber das hat ja auch immer so ein Strip. Meinet kein Stein einiges. Ich meine der ist nicht so viel wert. Aber es sieht nicht so schön aus wie ein Zeitz. und die Oberbürgermeister und so wie warum denkt ein ein jeden scheiß cool auch ich hoffe ich bin wir brauchen uns keine zehn einfach machen sinnvolle trug geil war schon voll den langen strip mining gang hier wirklich die items hier sind schon die sport ist ja schon ein paar vollständige kohle jetzt läuft das gut hier ist die der reichen schon man sprintet verliert richtig schön hier in 1.8 ich weiß es sieht ein bisschen leckig aus aber wenn wir hier hoch mal mit dem rufstein weg ich habe über mit so fünf arbeitern habe ich jetzt verloren hier bist du jetzt eigentlich bei mir zu hause bin ich kann es überhaupt nicht hochgekommen ach so wo wollen wir das portal anlegen egal wo hast du schon zehn eimer gemacht ach so das ganze eisen aus in deinem haus nein erst fünf ich brauche den eisen ich mache noch fünf ok wo soll denn das portal anlegen das ist die einzige frage wollten wir machen es außerhalb des hauses oder da kann ein zombie pigmen rauskommen erst mit euch essen schlafen ok wir schlafen meistens gut meint ihr das rechte patch ist doch egal hier hab ich auch gerade einschreiben ja aber ich hab ich hab ich hab in den genaue gleichzeitig angebaut ja gut hier eine kartoffel ich hab ich hab jetzt nur noch eine Flaschein aber das Haus hat doch auch eine höhle ok können wir das nether portal anlegen ja und wo wo soll's denn hin man ich wollte was ja hier auf dem da siehst du ganz da oben da..."hier hin sollst hier hin okay gut dann ich brauche was zum ich habe hier einmal erstmal wir füllen denn später ist ich brauche erst mal baumaterialien wir brauchen erst mal baumaterialien ich hab 5 Lava 4 Lava Eimer ich dachte du hast 5 du hast mir 5 erzählt 5 Eimer aber nur ein paar ich hole mal neue Lava jetzt muss ich mich hochbauen mach du mal die du mal das total ja ich hole mal weitere Lava hinter unserem Eichenholz äh schwarz Eichenholz schwarz Eichenholz schwarz Eichenholz hier ist ein Schleim Schleim? da kann man gut Läden fahren eigentlich ja wir haben noch einen oh ja sehr gut jetzt kommt ein Schleimbär raus oh der greift sich ab also 1,2 oh geil jetzt 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 warte mal kurz ja 1,2 oder wollen wir so einen Boden machen oder nicht ist doch egal ne 1,2 und dann ist drei Blöcke hoch ne ja 1,2,3 wie ist denn da läuft das dann noch einen Block wo ist da der Lava sehe ich hab nicht verloren ach nee warte das könnte ich hier auch grad machen in der unteren Schrauben wo ist da hinten wo ist da hinten ja da hinten so reicht das äh genau einfach hier dann oh Mist ich hab sie weggeschmecken okay nee das Wasser muss hier hin bitte ich hab ihn mal nicht aufnehmen ich hab ihn ich hab ihn ich hab ihn ich hab ihn hier gefunden ich hab ihn hier gefunden scheiße ich kann schon nicht mehr rennen kannst du mir bitte was zu essen mitbringen oder sowas also ich bin grad gar nicht zu hause wenn du mir mal zuhören würdest ich weiß du bist beim Lavasee den gefunden hast lol alter wie das grad bei mir lag so ich hab grad fünf Eimer mit Lava gut ich kann die auch Lava Schüssel holen ne kann man nicht sagen zwei Blöcke vom Portal haben wir schon mal so jetzt gehts weiter so heute das Tutorial wie gießt man sich ein netter Portal sieht schon gut aus oh scheiße ich brauche mir was zu essen Alter dieses Zuckerrohr regt mich auf das wächst zu schnell außerdem wird das viel zu viel das brauchen wir doch gar nicht alles etwa jetzt so ein Dorfbewohner der uns tauschen würde in so Steaks oder was ist oh hier die Skelett da da nein ich kann's halt nicht machen weil der über mir steht okay gut was nehmen wir dann hier zu essen hier noch ein bisschen Hühnchen okay nicht alles aber ich muss mal wieder nach den Koordinaten schlöp locken jetzt muss ich mal hier schießen hoch oh Gott drei Herzen falsch ab und kommt ich krieg gleich so die Sonne und jetzt hab ich da mal scheiße packt das Item sich da hoch oder was ey gut das hat mich gerade nicht anders Alter ich bin so schlecht ich komm immer auf falsche Tasten hast du dich falsch gegossen nee du hast dich falsch gegossen nein ich bin jetzt gerade auf dem Weg wieder runter zur Lava Quelle dann lasse ich die ganze droppe ich die ganze Zeit mein Eisenschwert ja ich darf doch keine Fehler machen bei Portal weil das kann man ja nicht mehr rückerhängig machen kann man das Obsidian mit einem Spitzhacker abbauen sodass das Obsidian kaputt geht oder kann man es überhaupt nicht einfach so abbauen ach so ja man kann es mit jeder Spitzhacker kaputt machen man kann es mit allem kaputt machen aber das ist was droppt nur mit dir das ist doch ein gutes Zeichen das ist doch ein gutes Zeichen ach ich bin mal in die falsche Richtung gelaufen ich bin mal in die falsche Richtung gelaufen aber jetzt sind 60 Blöcke noch so und das war es jetzt schon ich glaub mir brauchen wir gar nicht und schon bin ich zu Hause oh fuck ich hätte fast unsere Beete kaputt gemacht glaub ich hier richtig lang ja oh Gott ich bin ich zu Hause ich war gar nicht bewusst in welche Richtung ich gerade laufe äh wie willst du oh krampisch ok gut so und wenn wir dann Never sind dann holen wir uns erstmal Glowstone und Neverfahrze dann machen wir uns tageslichtszenso und nachts gehen dann die Redstone Landmann ich mach mir ein Wollen wir uns in beiden Häusern dann einfach installieren ich hab noch ein paar Einweilen Lava warte nur so ne Frage willst du in deinem Haus dann auch dein Bett haben wo bist du gerade auf dem Weg wieder hoch zum Gemeinnengang wie viel einmal Lava hast du geholt fünf bist du blöd ich hab dir gesagt ich hab auch fünf geholt ja gut dann haben wir halt noch ein bisschen über aber egal gut tu dir in die Ruhe ich brauch nur einen glaub ich weil ich hab dir auch alter manu ist ein Spacko ey ich stirb gleich alter alter du bist so ein Idiot alter du bist so ein Idiot weißt du kannst du nicht mal die Scheiße lassen ja wenn du wenn du mir zugehört hast ich hab fünf Eimer Lava ich hab fünf Eimer Lava geholt ja und jetzt haben wir noch mehr Lava Eimer das ist doch gut Mann du brauchst mich einfach so zu erschlagen ey wirklich du bist ein Spacko du mit dein scheiß Zuckungen das war gerade ernst hier liegt doch was toll ich mich wieder absolut Tieren und so weiter ich hab jetzt nichts gebracht außer dass du ein Arsch wie lange geht die Folge schon wie lange geht es schon ja ich hab schon drauf geachtet dauert man ein bisschen wie lange geht es denn jetzt ja ein Lava Eimer fehlt mir noch oh ja schon 14 Minuten ich hab mir fünf Lava Eimer geholt fertig ja und ich hab einen verloren durch dich gerade das hast du wohl nicht richtig geschaut ich hab keinen Bock meine Items zu suchen nur weil du mich getötet hast wenn du mir das so dankst so ich brauche noch einen von deinen Einwandern hier oh Mist ja ja und von den Eltern irgendwie noch Wasser lang ja schön sie es hier machen so ja geh die Folge schon ja man ich mach sie schon rechtzeitig dann zu Ende wie dann geht die Folge schon Simon sie ist gleich zu Ende die Folge was du brauchst mich nicht noch mehr fragen sie ist gleich zu Ende ich hab sie verstanden sie ist gleich zu Ende oh Gott gut nur noch nur noch einen Block aber das leckt halt grad irgendwie schon voll ich brauch nur noch einen Lava Eimer die äh ok 3 2 1 Nether Portal ist fertig so dann müssen wir doch das Wasser oben wegschöpfen so dann sehen wir auch schon unser schönes Nether Portal find's an ok find's an find's an warte ja hast du schon ist schon dabei das Feuerzeug zu holen? hab schon Feuerzeug dabei ok gut warte die Ecke machen wir und ja da haben wir unser Nether Portal und geht hin rein was uns im Nether Portal erwartet das seht ihr in der nächsten Folge von Microsoft Let's Play faster bis zur Ok ciao da